Welcher war das? Keine Ahnung, hinter mir. Nein, der war das nicht. Wollt nicht stürmen. Ich hab dem gerade wieder gerildamt gezogen. Komm, eh nicht. Ach, der hat ja kein Geld mehr, schade. Mal gucken, ob er es checkt. Es kommt gleich Luftposter in den Eingangsbereich. Ah, ist schon. Nice. Jetzt füllen die jetzt mal ihre Fähigkeiten aus. Oh no. Wirklich ein Herzinfarkt, Alter. Wir kriegen 46.000 im unteren kleinen Volt. Also in dem mittendrin halt. Wo sind die eigentlich? 49.000 sogar. Morgen. Wo sind denn die? Ähm, keine Ahnung. Ah, hier. Habe wieder Geld. Habe wieder Geld. Habe wieder Geld abzogen. Ist der obere Volt wieder? Ah, ist keiner drin. Obere Volt ist ausgeräumt. Bei der mittleren Volt sind die jetzt ausgeräumt. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wieso? Haben wir es wusste, wer ich bin. Ich wusste, wie ich die irgendwie dreimal geklaut habe. Oh no. Oh no. Oh no. Simon hat mich sehen. Wir bekommen wieder gesammt. Äh, 32, 5, die Vision ausgeht. Ja, Lukas, du kannst da eh aufs Dachl. Get your, get your, get your, get your, get your, get your. Da draußen ist jemand irgendwie. Ja, da draußen würde ich jetzt nicht hingehen. Oh shit. Ah, der hat das nicht immer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay, ist mir wurscht. Einfach rein, einfach rein. Der hat einfach den nebengeschossen. Oh. Jetzt noch mal, du musst noch mal weg. Du bist falsch. Ist eh falsch. Weißt du, der hat jetzt gefeuert worden. Ha. Wollen wir doch aufgeben. Äh, wenn du einen Grappling hast, da oben liegt der Geld. Geh einfach außen rum, geh einfach außen rum. Ja, aber hinter dir ist der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Als ob ich dann nicht hochkomme. Na, schad. Schwierig. Ja. Über den Lüftungsschacht. Ja, könnte man machen. Soll ich das machen? Ich hätte sonst nämlich erst die PCs gehackt, aber das ist mal so auffällig. Wir könnten es probieren, ja. Ich könnte auch mit der, äh, kann jemand von außen, von der Feuerleiter, den Lüftungsschacht ausschießen? Ich geh mal rum. Dann könnte ich damit der Drohne mit dem Geld rausfliegen und mit dem Geld durch die Bank latschen. 2. 2. Haben die Drucker oder irgendwas? Ne. Ne. da. Da ist fast schon langweilig. Hm. Es funktioniert den Raum, hast du schon keine Ahnung, oder? Und andere, und andere Typen, keine Ahnung. Schock ist offen. Sehr schön, danke. da ist gerade einer hoch da ist gerade einer hochgesprungenen wenn dort dort da ist einer drin im wend jesus ihr scheiß ich gehe mit der kreppel rein der ist noch im wend drin das stimmt ja man kreppler hat er ist gerade da hinten reinglaufen roter tippe wenn er mit mit der sohn der bombe steht ich habe jetzt vergessen er ist ein kreppel er oben dürfte keiner sein weil da steht dann im saß nach das tiefste traffic ok ich wollte meine richtige und piloten traffic sind jetzt gerade bei juwelen welche war das keine ahnung hinter mir nein da wird das nicht da liegt gut da hängt gut kann jemand feuer machen Bombe liefern sie mir auf ne kann ich nicht mehr aber kann den unteren zu fressen ja aber das ist ja das geschützte wird ja nichts da was gehört besser du könntest du auch einfach mit feuer in den bolt rein oder ich mache statt 5 Uhr hat er klotz wieder wild um sich geschossen na grün 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 geht unten eine ich bin gerade oben wo hat die geld ausgeschmisse rausgeschmisse hat die obere wald leer gemacht oder wie ne die haben nur das ding glaub ich wirklich aufmachen also ja ja warte kurz ich sag so wie du kommst ich nicht macht voll wild ja wenn er rumsteht wenn diese feuer machen aufpassen oben steht wieder ein turret im ding drin weil ne im ding macht keinen sinn ich pack den außen hin der traffic typ lukki du bist am arsch nö oder nö konnt nicht rein ok ok wie siehts aus immer noch start öffnet sie öffnet sie direkt x machen bist du durch ja ist durch ja ist durch und ich verlese jetzt sagen wir wenn die x bin steve runter 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 der stop und red da graue jacke vor dir vor dir der da der war nämlich da drin ja zackert ab dem füchtern um stelle ich hin er machte ich x macht die x gilt kommt einer hoch vom laser sound her das ist ja das können schwieriger nicht ich spreng die kammer noch ich hab gehockt jetzt sind schon wieder die camps unten aus wir haben jetzt entschuldet auf der tröckel 1 an der feuertür fünf sekunden der könnte es draußen über die feuerleiter in den äh volt rein oder ah ne du kommst ja nicht wieder raus los ey links in dem rum sind donuts wenn du willst der wird der wird hoch sein der wird an mir grad vorbei hoch sein die die wo ist der letzte Steve, wo bist du? Ich muss in... Hilf Sekunden. Der steht irgendwo rum, ich höre ihn fliegen. Shit. Oh, schade. Ach, war das ein Drucker-Event, oder wie? Jo. Ich stand unten in einem Kiosk und hab zwei Drucker auseinandergestellt und mich als Koch getarnt. Hm, geil. Einer ist wieder kack. Ah, komplett. Und Traffic-Cock mit seinem Barbeuer. Oh. Hallo. Wir sind im Keller. Kommen wir in den Keller. Ich glaub, die sind beide im Keller. Er ist schon weg. Ich hab ihn angeschossen. P-Pick-Pock jetzt. Okay. 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 Traffic-Cock ist hinten beim... Eure Garten, bei der Bar. Also vorne eigentlich. Da hast du nur kurz mehr Fähigkeit gehabt. Ich hab mal wieder für Feuer-Alarm gesorgt. Ja. Ja. F-Fack. Wir sind hier, Alter. Ich glaub, die sind wieder unten mit mir beschäftigt. Wahnsinn. Ich wollte das, glaube ich, auch einfach. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab mich auch damit gehört. Jawoll. Na, warum's? Wann sehen wir das Feuer endlich aus? Das fragt man sich, ne? Jetzt. 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 wieso drehst du dich in dem Moment umdrucken? weg oder wenn der schießt wird dann aufgehen wo ich z... ach wie rechts ja ein bisschen der schießt jetzt sehen wir doch gleich den teils noch na keller 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 ich war zu früh ist egal jetzt kommt der Kaul schießt 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 ja ja schießt ich schießt gar nix mehr auf echt nicht vielleicht hattest du grad lieber den der vor dir stand erschossen na mach ich nicht das war wirklich nicht ja im Keller geht ja im Keller geht ich weiß deshalb braucht es gut danach schießt schießt ecken das ist das ist das ist das ist Es ist hier eiskalt einfach rauslaut, obwohl er da steht. Und dann auch noch weglascht, als er wiederkommt. Er stand ja da die ganze Zeit oder wie? Ja, er war der Treppe, ja. Habe ich gar nicht aufpassen. Bist du sicher? Nein. Wir wollen uns auch hören, wenn du callst. Mhm. Aber höchstwahrscheinlich nicht. So knapp. Das heißt, ich bin höchstwahrscheinlich. Ritter einfach los im Keller. Stopp, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Da kommt der da jetzt raus. Nein. Wo steht der denn? Er ist ja draußen irgendwo. Premium. Und wenn der Giant eine Pfütze davor legt und er läuft sehr weit rüber, dann kriegt er auch noch Schaden, weil er gegen das Glas ballert. Ja. Wir haben einen Feuerwehrmann. Haben ein kleines Problem. Doch nicht. Ja. Machst du gar nicht aus? Ja. Du musst gar nicht mehr Fähigkeiten aufladen. Ich hab oben alle Gläser aufgemacht von der Direktor. Tschüss. Wir haben einen Feuerwehrmann. Wie viel braucht man für einen Bord? Fünf oder zwei? Wir machen einen Tisch mit zwei. Ja, wird los wie vorher aussehen, na? Feuerwehrmann kommt jetzt hinten rein. Feuerwehrmann kommt bei den Tüberieren. Achtung, Achtung, Lukas, Lukas! Ich geh einfach hinterher und schürt mich jederzeit. Hä? Ah, lol. Ah. Kacke. Ich hätte eh nie hinter dir viel Cyberpolize gestanden. Manchmal sind die echt blind. Ja, ne, das kannst du jetzt nicht sehen, aber die ist halt da rumgesprungen und die Cyberpolize ist halt außen vom Balkon entlang gelaufen. Ok. Lukas, ihr am Ost schaust du? Also ich weiß nicht, ob sie es sehen hätten könnten, aber ich denke mal, die hat an die andere Seite geschaut. Ich habe ihn mit der Wrong Deskais durch und selber bestimmt. Nein, da hat er eh nicht. Jetzt hat er dich aber gesehen. Man? Ja, doch. Doch. Er ist raus. Ja, aber rennt in die falsche Richtung. Genau. Ja. Ja. Haha, wen hat er jetzt erschossen? Es ist... ...Quality. Da war doch niemand von euch, oder? Nein. Nein. Haha, wen hat er denn erschossen? Kein Plan. Bis zum nächsten Mal.